Es ist tiefst beeindruckend. Das Ennedi-Plateau ist einfach eine ökologische Nische. Der Garten Eden der Sahara, der eben einen Eindruck gibt, wie es während der grünen Sahara-Zeit vor rund 10.000 bis 5.000 Jahren ausgesehen hat. Es war sofort klar, dass es ein Potenzial für ein Welterbe hat. Und zwar nicht nur für ein Weltnaturerbe, sondern gleichzeitig eben zum Weltkulturerbe aufgrund dieser spektakulären, unzähligen, wunderschön gemalten Felsbilder.